Hi zusammen, Hannes hier für notbootspilliger.de und ich bin hier gerade am Stand von LG auf der CES 2018. Und während man auf der IFA einen OLED-Tunnel aufgebaut hatte, hat man hier jetzt einen ganzen OLED-Canyon aufgebaut. Und da gehen wir jetzt einfach mal durch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.